Aber man weiß ja nicht. Wo ist er denn jetzt wieder hängerannt? Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Ich hab so das Gefühl, wir laufen von Waggon zu Waggon und die sehen alle irgendwie gleich aus. Hui! Die Zugfahrt macht mich ein bisschen verrückt. Ja, das glaub ich aber auch. Ah, es wird grün. Ähm. Okay. Wieso denn nichts? Nein, nimm mich mit! Ich brauch mein Passwort. Ähm. Ich bin nicht mehr spielen. Was ist denn? Ähm. Wir sind immer gutmütig. Ich mache so. Okay. Also es könnte... Oh, was haben wir hier? Ein Paddel? Ah. Oh, da muss man ein bisschen weggehen. Jetzt. Achso, hier. Das ist Grandad's Cricketback. Eine reale Antike. Hier muss doch irgendwo... Also diese Felder daneben haben bestimmt irgendwas zu bedeuten. Ein Bild? Was ist das? St. Finn und der Dragon. Always ein Favorit. Ah, wir müssen also Bilder suchen. Wie stecken wir das jetzt bloß weg? Dann behalten wir es eben. Wow. Ähm. Voll hübsch hier. Erstaunt. Wir können die gar nicht wegpacken. Okay, wir haben jetzt zwei Bilder gefunden. Also fehlen noch zwei. Hier war nur eins. Da ist noch eins. gotcha. Das ist, was du getrennt, wenn du messst. Huh. Kopf ab. Und jetzt fehlt trotzdem noch eins. Das muss bestimmt hier irgendwas sein, ganz am Anfang. Oder lag's da vorne in dem Zugteil. Ähm. Die können wir nicht aufmachen. Hier irgendwo. Nee, da liegt nur eine Zeitung. Die müssen hier irgendwo sein. Da ist auch nix. Hier können wir auch nix machen. Also müssen wir uns jetzt hier ein bisschen genauer umschauen. Also eins war am Baum, eins war auf dem Tisch. Hier könnte doch noch irgendwo eins sein. Nö. Hier drin. Aber jetzt steckt doch das blöde Bild weg. Hier ist keins. Hier sind nur Paletten. Blumen. Ist hier noch irgendwo eins? Ah. Ich möchte, dass sie das Bild wegsteckt. Das ist nur der Schatten. Hier. Da können wir ja auch nix mehr machen. Aber es fehlt ein Bild. Ein Bild fehlt. Ich versuch's mal mit rein. Wir sind ja jetzt ja das zweite Mal durchgelaufen. Und da ist ja... nichts. Außer hier vielleicht. Nö. Den haben wir auch schon untersucht. Was ist hier mit dem? Kann ich das wegnehmen? Ah, es sind plus drei. Also es sind vier. Aber wir können die nur benutzen, wenn wir sie gefunden haben. Also gehen wir jetzt doch noch mal ein Stück zurück. Ah, ich würde gerne rennen. Wir haben bestimmt von irgendwo eins übersehen. Aber dann gehen wir eben zurück. Aber dann gehen wir eben zurück. Haben wir... Oh, ein Kaninchen. Keine Ahnung. Wir brauchen noch ein Bild. Hier ist noch ein Buch. Eine Tasche. Etwas zum Trinken. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts Wirkliches. Wie weit zurück können wir denn eigentlich? Nee, hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist noch mal ein Hasen. Nochmal der gleiche. Hier ist auch nichts. Schlüssel. Aber mit dem können wir nichts tun. Ja, und hier ist dann auch nichts mehr. Das würde mich aber wundern, wenn es so weit hinten irgendwie noch ein Hinweis gibt. Weil es zu dem Passwort gibt. Laufen jetzt mal hier durch. Nochmal. Da kann ich ja auch nichts machen. Das liegt bestimmt an irgendeiner ganz bekloppten Stelle. Leer. Right today. Hier können wir auch nichts machen. So, jetzt gucken wir mal hier auch auf den Boden rum. Das muss doch irgendwo sein. Erstmal die Sitze durchgucken. Nichts, nichts, nichts. Auch nichts. Ich hoffe nicht, dass das irgendwo im Gras liegt. Nichts. Nichts. Diese Sachen konnten wir ja nicht aufheben, um drunter irgendwie zu gucken. Oh, ernsthaft. Zuerst. I remember this. It's a made up language we used to use. That's the whole story. Now, what order do they go in? Also, in welcher Reihenfolge gehören die? Wir versuchen es mal mit dem da. Ähm, Bruder, Fabor und hier. Nö. Nö. Warum? Jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Nein, aber so wie sie da jetzt eingefügt sind, kann es doch nicht stimmen. Also, die haben den Drachen besiegt. Das wird ja dann wohl das letzte sein. Nochmal. Jetzt lass mich hier mal rauf, Junge. In dein Baumhaus. Im Zug. Hui. Wie hübsch. Hallo. Lauf mal da hin. Boah, wie toll. Oh, da will ich nicht runter. Richtig cool. Oh, hi. Kleiner Mann. Wieso sehe ich eine Rückblende und bin doch hier? Ja. Kann ich mit dir reden? Äh, Schere. Und wo? Das Ding mit den Planeten. Oh. Ja, aber... Ja, ja, ja. Also suchen wir mal die Scheren. Oh, hier haben wir Klebeband. Das kann ich nicht mitnehmen. Oh, ho, ho, ho. Richtig cool hier. Geht's hier noch weiter? Da hoch. Und wie komme ich da hoch? Aber natürlich hier. Mit dem hier? Mit dem hier? Okay. Gehen wir erst basteln. Ich geh jetzt einmal nach oben. Ah, das sind die Planeten. Planeten. Zocka. Hui. Hier sind die Scherer. Scheren. Scherer. Wie auch immer. Und hier ist nur eine. So. Runter mit ihr, Madame. Jetzt noch das Klebeband. Das hat der Wuffi. Oder muss ich dich erst fragen, wo das ist? Hier. Dein Steinhund. So, jetzt können wir basteln, kleiner Mann. Ja, dann setzen wir uns auch mal hin. Okay. Let's get started. We're doing butterflies. Yeah. Oh. Okay. You draw. I'll do the wire. Okay. A, D, A, D, A, D. Finn. Do you remember the train? That we were on before? There were some people. Wearing masks. Did you like them? That's not what I meant. I can make you one if you like. No, Finn. I want to know why they're here. What's going on, Kleiner? What's going on, Kleiner? Der ist so süß. Okay, dann schneiden wir den mal aus. Hey. Gott, wie schlimm ist das sein. Ich bin ein Traum. Aber ich schreie über sie und sie sind da. Dann bin ich auf und sie sind weg. Kannst du sie mir beschreiben? Ich weiß nicht. Nein. Vater war sehr großartig. Aber ich denke, jeder war. Ich bin ein Traum. Ich bin ein Traum. Ich bin ein Traum. Oh, das ist sehr, sehr traurig. Ich bin ein Traum. Oh, wie cool. Oh. Ich bin ein Traum. Oh. Hä? Ähm, ich? Ich soll das jetzt versuchen?